Also, das ist ja wirklich eine schwäge Theorie. Also, Kriminalität, wenn ich das bisher so einigermaßen im Leben verstanden habe, ist immer darauf gerichtet, dass sie zunächst mal nicht entdeckt wird. Dass das, also, ich bin bisher eingeschränkt kriminell gewesen, wenn ich das so übersehe. Aber wenn ich mir vorstellen würde, das als berufliche Alternative anzustreben, dann würde ich schon sagen, wäre mein Anliegen, da nicht bei entdeckt zu werden. Und zwar völlig egal, was ich mache. Egal, ob ich in Clans unterwegs bin oder ob ich irgendwas anderes mache. Also, dass das jetzt eine Eigentümlichkeit der Clankriminalität wäre, das ist wirklich ein Spezifikum, mit dem Sie sich über Fachleute austauschen sollten. Also, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis.